Die Sicherung einer Entwässerungsanlage gegen Rückstau aus der öffentlichen Kanalisation ist Pflicht für jeden Grundstücksbesitzer. Bei Räumen untergeordneter Nutzung können Rückstauverschlüsse verwendet werden. Gemäß Norm unterscheiden wir verschiedene Typen. Typ 2 mit zwei rein mechanischen Pendelklappen und Typ 3, eine motorisch angetriebene Klappe sowie eine mechanische Pendelklappe. Doch welcher Typ ist geeignet, wenn ein WC angeschlossen ist? Hier zu sehen ist ein mechanischer Rückstauverschluss mit zwei Pendelklappen, Typ 2. Im Normalbetrieb sind die Klappen geschlossen. Strömt nun Wasser in Fließrichtung gegen die Klappen, werden diese geöffnet. Gut zu erkennen ist, wie sich durch den Widerstand der Klappen unterschiedliche Wasserniveaus einstellen. Die Klappen eines motorbetriebenen Rückstauverschlusses Typ 3 sind dagegen immer geöffnet. Das Abwasser kann ohne Beeinträchtigung abfließen. Kommt es nun zu einem Rückstau aus dem Kanalnetz, werden durch den Wasserdruck die Pendelklappen des Typ 2 Rückstauverschlusses zugedrückt und das Abwasser dringt nicht ins Gebäude. Der fremdenergiebetriebene Rückstauverschluss erkennt das ansteigende Wasser mittels einer Sonde und verschließt ebenfalls die Rohrleitung, bevor es zu Schäden kommt. Unterschieden wird in der Art des Abwassers. Grauwasser beinhaltet Abwasser aus Handwaschbecken, Duschen oder Waschmaschinen. Fäkalienhaltiges Abwasser aus Toiletten wird als Schwarzwasser bezeichnet. Rückstauverschlüsse mit mechanischen Klappen Typ 2 sind allerdings nur zugelassen für Grauwasser. Der Grund ist naheliegend. Durch den Widerstand der Klappen verringert sich die Fließgeschwindigkeit im Abflussrohr. Das Wasser staut sich auf. Die Schleppkraft des Abwassers wird stark verringert. Auch die Schwimmtiefe der Feststoffe nimmt dramatisch ab, da das Wasser, welches diese transportieren sollte, abfließt, werden sich die Feststoffe an den Klappen absetzen und verhängen. Durch immer geringere Wasserverbräuche wird dies noch stark begünstigt. Fäkalien, Verkrustungen, Klopapier und Hygieneartikel, aber auch Sedimente wie Sand oder Steine sammeln sich so rasch an und blockieren die Klappen. Die Folgen sind hier zu sehen. Im Rückstaufall dringt Fäkalienbelastetes Abwasser aus der öffentlichen Kanalisation ins eigene Haus ein. Aus den Bodenabläufen oder der Toilette sprudelt das Abwasser. Versicherungen haften in so einem Fall nicht für die aufkommenden Schäden. Bei einem motorbetriebenen Rückstauverschluss zu 3 gibt es hier hingegen keinerlei Störungen. Diese ist speziell für die Anwendung mit Schwarzwasser konzipiert. Durch den freien Rohrquerschnitt bleiben erst gar keine Feststoffe haften. Sollten sich dennoch Fremdkörper im Bereich des Verschlusses befinden, wie hier simuliert, so sorgt die hohe Schließkraft des Motors und die breiten Dichtlippen für einen vollständigen Verschluss der Leitung. Nun steigt der Rückstaudruck aus der Kanalisation an, hier bis auf 0,5 bar. Das entspricht einer 5 Meter hohen Wassersäule. Trotz der simulierten Verschmutzungen im Dichtbereich hält der Verschluss dem Wasserdruck stand. Im Steigrohr auf der Hausseite erscheint kein Wasser, der Keller bleibt trocken. Damit das nicht passiert, wählen Sie den richtigen Rückstauverschluss für einen trockenen Keller. das in der Fremdkörper auf der Fremdkörper 1 Fremdkörper 1 Fremdk Styb Erhalte 1 Vielen Dank.